in der Umgebung ist oder so? Ne, im Boss, also ich hab das bisher nur einmal erlebt und dass ein Boss einfach so willkürlich spawnt und wenn der mal spawnt, dann ist es vorbei, ey Höhle! Oh Ah! Oh Gold! Sooo, sooo schöne Farbe! Oh, guck mal, und ein Das ist noch schön, die die Schleimung umbringen Ja Stirb, schlag! Na, ich bin so ein Noob! Du wärst nicht so arm Ich würd jetzt mal nix sagen an deiner Stelle Ja, ja, ja Wir müssen unser Gold finden, schnell! Unser Gold, da liegt nur Silber Ich müsste einen Deathcounter machen im Video, wer von uns öfters stirbt Soll ich? Kannst du im Nachhinein einfügen Okay Haha Ich bin schneller beim Gold Niemals! Das war also der Grund für die komische Musik Glaube ich zumindest mal Glaube ich nicht Du musst dann noch solche Plattformen platzieren, ich hab nämlich keine Plattform mehr Na dann Wir müssten dann noch irgendwelche Wegweiser einbauen hier Guck mal, ich hab wen mitgebracht Ja, hier unten ist wieder die andere Musik Ja, wahrscheinlich ab einer bestimmten Tiefe Stimmt, das könnte auch sein Was ist denn für ein komisches Ja, gut Das war grad Schlamm Ach, Muck oder so, ne? Also, ja, hier ist Kupfer und Eisen und so Nice, ey Nice, ey Und hier geht die Höhle weiter Oh, geil Und noch mehr Eisen Perfekt Ja, bald können wir uns richtig nice Schwerter machen Boah, aber später, ey Ey, ich hab ja schon die Endgame-Sachen da gesehen, ey Da gibt's teilweise so Schwerte, die machen Licht und Feuer und so Ey, nicht spoilern hier Na ja Ich will das noch rausfinden Ja, ich hab aber leider keine Ahnung, wie man die Dinger herstellt Das werden wir schon finden Hooray, Kupfer Ich hab halt nur nen Tipp gegeben, und zwar ganz weit unten Das hätte ich mir jetzt schon fast denken können, du Was ist das denn? Oh, 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 ein Herz, äh, hat Herz, Herz, bis dahin Wer kriegt den ersten? Ich Weil ich's kann Ah, das ist noch ein zweiter, meins Ja, du, mach's mal Schleppe hab ich jetzt Ich hör dich übrigens grad nicht Du bist total leise Sagst du was? Ja, nein Kann sein, dass dein Mikrofon irgendwie streikt? Äh, nein Ja, jetzt bist du wieder plötzlich lauter Digga Äh, mach mal hier unten, das Ding hin weg Das Ding hin was? Ach, du meinst Ja, das wir hier nicht erzielen Hast du jetzt den Herzkristall? Ja Ich hab immer noch 100 Herzen, du Du auch Jetzt hab ich 120 Du musstest den benutzen Ah, und ähm Das kann man einfach so benutzen, indem man's nimmt und dann links den macht Hooray, stimmt, 120 Das selbe geht dann nachher mit Marna Oh, hier ist Eisen Auch Jo Her damit Wir müssen das Wasser da noch irgendwie rauskriegen hier Ja, aber dadurch, dass wir uns hier runter geraden Ja, aber dadurch, dass wir uns hier runter geraden Verschwindet auch das Wasser Hooray Äh, da oben ist noch Kupfer, ne? Überall Oh Oh So haben wir das nicht abgebaut? Ah, Plattform Pilzmampfen Au Oh, ich hab das Vieh grad mit dem Hammer gehauen Wir müssen uns dann, ich kümmere mich mal um den Wurm Oder ich versuchte mich zum, zumindest um ihn zu kümmern Da ist er tot Da ist er tot! Au Hab ich dich zugebaut? Ja Ja, aber ich würd dann ne Plattformen bauen Hm? Wir müssen generell, um wieder nach oben zu kommen, ein paar Plattformen setzen Quatsch, ach doch Hm? Oh, hier ist noch mehr Eisen Eisen! Eisen erinnert mich immer an Leech Wieso? Weil da der Oberbösewicht auch Eisen hieß Nur halt mit A-I-Z-E-N geschrieben Ich hab fast dasselbe Haha, nur fast Was noch Eisen? Eisen, Eisen, Eisen! Ja, darf ich mir dann mein Schwert machen? Ich mach diesmal nie kein Scheisschwert Hahaha Versprochen Ist das alte Filz schon verkauft, oder was? Ja Na, es has arrived Nice Schwester Schwester Achso, wahrscheinlich Keine Ahnung Das ist cool Egal, lass mal nach oben gehen jetzt Da ist noch mehr Eisen übrigens Ja, unter dir ist noch mal einer Ja, wir können nachher hier weiter minen Ja, aber lass mal noch schnell die Eisen, äh, Dingens hier Ja, stimmt Ganz viel Materialien Ach, das ist doch praktisch Wasser Muss Wasser ausbuddeln Muss Wasser buddeln Zwang Muss jetzt Oder wie? Ja Okay Flatsch Jetzt bin ich glücklich Was hat jetzt was gebracht? Wasser Ach, okay Na dann Äh, hast du noch Holzplattform? Ne, ich hab gar keine Holzplattform Gut Ich hab nämlich auch keine Oh, müssen wir uns jetzt eine Workbench machen hier unten Ne, wir müssen uns nur noch machen Ne, man kann sich ganz normal eine Holzplattform herstellen Ist kein Problem Ich bin grad ganz viele Ach, ich hab gar keine Holz Warte mal, mit Shift-Klick kann ich auch nicht mehr machen Wie kann ich hier mehr machen als nur eine pro Klick? Egal, ich hab jetzt 50 So Ich hab zwei Goldcoins Ich bau mal hier dann eine hin Äh, hier brauchen wir noch ganz viele Ja, ich bau hier einfach überall Ich hab grad schon fragen, wie sind wir denn früher hier hochgekommen? Ja Ja, bitte Wir hören mal das mit den Holzplattformen hier Ähm Uns sind eigentlich relativ gut Und ich hau mal nur hier die eine mit dem Hammer weg Tsch 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 Kaputt Ich glaub ich hab so viel vor dem Zweig gezockt, ey Ich wollt schon mit F pingen Oh Na? Warte mal, ich ähm Ich, ähm Müsste es hier nur Bisschen perfekt ausbauen Ich geh mal noch hier runter Nein, das macht hier oben einfach eine hin Nö Doch Ja, hier ist grad die Stelle, wo die Musik wechselt immer Hier hört man aber auch Äh, an der Musik auch nicht mehr Ähm, ob nur Tag oder Nacht wird leider Verdammt Ich denk mal ist es jetzt Tag Jo, ist es auch Bei mir läuft grad die Tagesmusik Okay Tagesmusik Ja Mal wollen wir unseren unterirdischen Tunnel da mal ein bisschen verbessern Krankenschwester, gib mir HP Das kostet aber Ja, 49 Kupfer ist gar nix So, du alter Händler, du Shop Machen wir Gold Gold, oh Elf Silber Nee, kriegst nicht So, ich schmelze das mal alles hier unten ein Jo Dann musst du probieren den Goldfarben zu verkaufen Dann ist er teurer, wesentlich Okay Copper Copper Helmet kann ich mir machen Ein Defense Naja Mach ich mir lieber, ähm Eisenzeug Jo Drei Silberbarren und Ein Goldbarren Da liegen noch welche in der Kiste, ne? Ich hab ne Kerze, woher hab ich denn ne Ach ne, die kann ich herstellen Ja, aus Gold Mhm Ich mach mir dann mal so ein Iron Broad Sword 10 Damage, oder? Oder Iron Hammer Lohnt sich das für ein Hammer? Nee Ich kann mir ein Iron Broad Sword machen Ja, lass mal Sollen wir uns, äh, lieber die, ähm Eisendinger machen, oder nicht? Lass uns mal Eisenschwerter machen, die sind praktisch Jo Iron Broad Sword Herr Rütt! Rüstung bräuchten wir auch mal langsam Jo Iron Helmet kann ich mir leider nicht machen Dafür ein Copper Helmet Sollen wir uns einen machen? Ich hab nicht genug Wobei, ne, das kostet 15 Kupfer Das ist Wucher Nein! Ich geh mal kurz hoch Verkauf mein, äh, altes Holzschwert Du da Merchant Shop Holzschwert, 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 Holzschwert Shuriken WTF Kostet mir viel zu viel Ah, die wird man später noch genug trocken Goldbarren bringt uns auch nur 12 Silber das Jahr Nee, das ist gut Du willst gar nix Das können wir lassen Äh, was können wir verkaufen? Und Rubine Sieben Stück Wo hab ich die denn? Und Topaze Verkauf wir mal Ja, Topaze hast du vorhin nicht verkauft, glaub ich Ja, kann sein Schlammblock und so weiter Die ganzen Sachen brauchen wir ja eigentlich nicht Aber das Iron Broad Sword ist schon ganz praktisch Ja, aber die kriegen ja kein Geld Warte, ich setz mir hier noch so ein bisschen an Ähm, kaputt machen Und ich füll das hier mal mit Holz auf Ähm, das war zu viel Ja? Ja, wenn wir genug Iron haben, dann können wir auch ähm Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Holz Können wir mal nach deiner Plantage schauen da Hm? Ist hier irgendwo was gepflanzt? Ja, hier vorne ist doch schon ein Baum Ja, einer Ja, da ganz hinten dürften einige äh sein Ja, ne Die sind aber alle total mini Oh Ja, so schnell wachsen die auch nicht Ich meh hier mal den Das ganze Unkraut weg Ah, da hast du hier hinten genug zu tun, ey Schau dich mal an Ja, ich renne hier einfach durch und mach alles um Stopp, Schleim Das Ding, was du hier oben zu gebaut hast mit, äh, Schleim Ja Das ist kein Schleim, das ist... Ja, Dreck meinte ich Das sieht aus wie Schleim Ja, so ein klein bisschen Ähnlichkeit ist verblüffend, finde ich Ja So, ähm Hier hinten haben wir auch noch mehr Höhlen, das ist voll cool Ja, aber das sind keine richtigen Höhlen Hier ist eine Hm, Sekunde Ich hole hier nur mal den, ähm Du... Okay, Schleim, fall runter Hab ich nix dagegen, wenn du da einfach runterfährst Wir brauchen Holz Was? Leben? Jo Nice Hier hab ich übrigens wieder ein bisschen Kupfer Dann können wir fettes Ziegelhaus bauen Hm? Ich hab Kupfer gefunden Oh, ich hab ne Riesenhöhle gefunden Aber nicht erkunden Wir müssen unsere wichtige Höhle erkunden Hast du da grad was zerdeppert? Vielleicht Zufällig ein Herzkristall? Ne, ne, das war ne Vase War da irgendwas Wichtiges drin? Da war gar nichts drin, ja Ja, okay, dann... Dann bin ich nicht neidisch Kann ich guten Gewissens sagen, haha Na, aber du hast recht, wir brauchen tatsächlich Rüstung Oh, zwei Vasen Zwei Vasen Oh, jetzt hab ich aber was Potion und... Eisen Eisen und Potion Warte mal, eine Sekunde Eine, eine, eine kurze Sekunde Sag mal fix was, bitte Hi Perfekt Hab deine Stimme mal ein bisschen Ähm, das Spiel läuft bei mir in Halbzeit ab Was ist das? Wie in Halbzeit? 30 FPS Eine Sekunde, ich restarte die Aufnahme Zack, zack Ja, perfekt Ähm, jetzt hab ich zwei FPS Hilfe Besser als null Ah, jetzt steigt's auf 60 Gut Ich sollte vielleicht das Fenster nicht zwischendurch wechseln Ich hab deine Stimme mal ein bisschen lauter gestellt jetzt Jo Sodass man dich im Vergleich zu der Hintergrundmusik lauter hört Was auch mal derbe Zeit geworden ist, weil du relativ leise warst bis eben J favour Jo 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 Hier hinten ist wieder so ein Pinky Pinky? Ein roter Pinky Ah, ja genau, die Viecher meinste Ja, aber so viel Holz brauchen wir noch gar nicht mehr oder? Achz so, du bist am Holzpfund? Jo Ja, ich natürlich auch Ehm, nein Penner ich war unterwegs das seh ich du warst dabei der Schätze zu suchen die du mir nicht ergeben wolltest er hat wohl nur Eisen ich hab hohe Bäume gefunden ich hole mal schnell den Pilz hier drin alter ne die Axt müssen wir auch irgendwann mal wechseln das ist ja wirklich Arschlarm sag ich doch ja wenn man so im Vergleich zur Schwert äh zum Schwertlingens das sieht mhm sag ich doch die Animation ein bisschen sehr lahm vergleich mal eben oh Sand 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 wir brauchen Glas wow ganz viel Sand und äh Wasser ganz viel Wasser stirbt ihr Gegner ihr sterbt so Ort bitte ja 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 ja